Der Ort ist mystisch und gewaltig. Nygotsbreen in Norwegen. Teil des größten Gletscherverbundes auf europäischem Festland. Magisch seine Anziehungskraft. Steiner Bruheim führt seit 40 Jahren Besucher auf den Gletscher. Seit drei oder vier Jahren werden es im Sommer immer mehr. Eine neue Gruppe von Urlaubern, die seine Touren buchen. Wir nennen sie Klima-Touristen, weil sie, sagen wir mal, vor der Hitze Südeuropas fliehen. Deshalb kommen sie im Sommer zu uns nach Skandinavien, obwohl wir hier vielleicht nur 15 Grad haben und ganz schön viel Regen. Haneke Bechtömen und Karin Smit sind solche Klima-Touristen. Die beiden Freundinnen aus den Niederlanden sind mit ihren Söhnen auf Rundreise durch Dänemark und Norwegen. Ich denke, die meisten Leute wollen immer noch in die Sonne. Aber Spanien, Italien um diese Jahreszeit, das ist in den letzten Jahren immer heißer geworden. Ich halte es dort ehrlich gesagt nicht mehr aus. Vier bis fünf Grad Wassertemperatur. In der Luft kühlende 15 Grad. Heute ist es trocken und langsam kommt sogar die Sonne raus. Auch hier ist es wärmer geworden. Noch vor 50 Jahren zog sich das Eis bis fast hier runter an den See. Doch der Gletscher schmilzt. Allein 100 Meter im Sommer 2018. Hier beginnt der Einstieg ins Eis. Wer mitmachen will, braucht Eispickel und Steigeisen. Und muss fit sein. Horror, jetzt darauf. Ich kann Höhe eigentlich überhaupt nicht ab. Deshalb kriege ich grad ehrlich gesagt ganz schön Angst. Naja, wenn das alle hier hinkriegen, werde ich es auch irgendwie schaffen. Das Eis bewegt sich. Deshalb gehen sie in Kleingruppen, mit Seilen gesichert. Spalten tun sich auf. Der Gletscher ist nicht ungefährlich. Aber atemberaubend. 12.000 Besucher in den Sommermonaten. Und es werden seit Jahren mehr. Wir haben in gewisser Weise einen Peak erreicht. Wenn noch mehr Touristen kommen, zur selben Zeit hier an diesem Ort, sollten wir versuchen, sie stärker über das Jahr zu verteilen. Die Sommersaison ist kurz. Für den Nigautsbreen schon jetzt ein Stresstest. Rund 500 Kilometer Richtung Osten. Knapp 20 Grad Temperatur in der Luft und im Wasser. Campingplatz Seta in Mittelschweden. Mit ihrem Campingbus Station auf großer Skandinavientour. Carina und Janek Struwe aus Brandenburg. Früher waren sie auch gerne am Mittelmeer unterwegs. Doch das Thema ist für die beiden durch. Ich glaube, letzte Woche habe ich gehört, dass sie in Griechenland die Attraktion geschlossen haben, weil da die Leute rein, weil sie umgekippt sind auf der Akropolis. Ja, muss ich nicht haben. Abartig warm. Bewegung macht keinen Spaß. Also dann ist man irgendwie nur auf der Suche nach Schatten. Man muss ständig irgendwie Kopfbedeckung tragen, sich stets und ständig eincremen und macht einfach keinen Spaß. Die Seesauna des Campingplatzes wird gerade vom Chef erweitert. Eine Investition für seine neuen Gäste aus dem Ausland. 20 Prozent Steigerung zum Vorjahr. Wir fragen sie, sind sie zum ersten Mal in Schweden? Viele sagen, früher sind wir schon in den Süden gereist. Doch jetzt ist es heiß oder es gibt Überschwemmungen. Da entscheiden sich immer mehr Camper für Skandinavien. Profitiert der Tourismus in Skandinavien also vom Klimawandel? Die Prognose einer EU-Studie ist eindeutig. Je wärmer es wird, desto mehr Urlauber kommen künftig in kühlere Regionen Europas. Schweden hat bereits begonnen, genau das zu vermarkten. Unter dem Schlagwort Coolcation sollen hitzegestresste ins Land gelockt werden. Wir haben gemerkt, dass das Interesse immer größer wurde, als wir angefangen haben, über Coolcation zu informieren. Wir haben auf unseren Websites hervorgehoben, was man in Schweden erleben kann, wenn man auf der Suche nach einem kühleren Urlaub ist. Inzwischen stehen wir bei internationalen Suchanfragen zu Coolcation sehr weit oben. Schweden ist dort heute die Nummer eins. Diese Entwicklung gefällt in Schweden nicht allen. Denn schon heute gibt es Regionen, die in den Sommermonaten unter Massentourismus ächzen. Natürlich haben wir einige Orte, die zu bestimmten Zeiten des Sommers sehr, sehr voll werden können. Wir müssen versuchen, dass nicht alle zum gleichen Zeitpunkt kommen. Nigorsbreen in Norwegen ist auch so ein Beispiel. Im Sommer herrscht inzwischen Hochbetrieb. Die Gruppe hat ihr Ziel erreicht, kleine Stärkungen an der Wetterstation. Was für ein Erlebnis. Ich kann das hier oben gar nicht in Worte fassen. Die Landschaft und das Eis, wie blau es ist. Noch, wenn schon längst ist es auch hier nicht mehr kalt genug für den Gletscher. Ich bin ja hier mit meinen Kindern. Irgendwann werde ich nicht mehr sein. Aber was werde ich ihnen hinterlassen? Darüber habe ich heute schon nachgedacht. Auf dem Nigorsbreen wird deutlich, wie stark sich die Welt klimatisch schon jetzt verändert und damit auch die Urlaubsregionen. Den Urlaub nehmen lassen will sich trotzdem niemand. Das macht dem Gletscher zu schaffen. Neben dem Klimawandel jetzt auch die Klimatouristen. Grob. Vielen Dank.